Das Mainfest ist ein Fest, wo sich die Menschen im Quartier begegnen. Es geht darum, dass die verschiedensten Kulturen, die hier auf der Horst leben, zusammen etwas machen, nämlich dieses Fest auf die Beine stellen, getragen von Ehrenamtlichen. Ich bin Quartiersmanagerin in Gabsen auf der Horst. Meine Aufgabe ist es hier, die Menschen an dem Projekt Soziale Stadt zu beteiligen und die Menschen im Quartier, welches ungefähr 6.000 Einwohner umfasst, dazu zu bringen, sich einzubringen und ihre Interessen und Meinungen zu vertreten. Besonders wichtig beim Quartiersmanagement ist es, dass man auch Leute für ehrenamtliche Arbeit begeistert, die üblicherweise dieses nicht tun oder auch kulturbedingt es nicht kennen, sondern in familienverbunden denken. Meine Aufgabe beim Mainfest ist, im Vorfeld den Rahmen zu schaffen, die nötigen Genehmigungen einzuholen und alle Teilnehmer zusammen zusammen zu motivieren, teilzunehmen, ihnen Mut zu machen, dass sie es können und ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sie haben. Ich bin also an so einem Tag von morgens um 10 bis zum Schluss um Mitternacht vor Ort und betreue alles, was da anfällt. Kurzdecke Verwinden 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 Untertitelung des ZDF, 2020